Musik Ich bin Sophia Kennedy und ich lebe in Hamburg und ich mache Musik. Ja, wir nutzen natürlich die Stunde hier in der Elbphilharmonie und dass es einen richtigen Flügel gibt, das ist ja relativ selten und wir spielen auch oft nicht mit bestuhltem Publikum. Und genau, deswegen haben wir das so ein bisschen aufgeteilt, dass man mal intimer wird und mal halt auch ein bisschen mehr kraftvolle Sachen macht. Wir haben jetzt einen Flügel und den werde ich bespielen und dann habe ich aber auch noch ein extra Stage Piano, wenn es mal ein bisschen abgehen soll, weil das kann man mit dem Flügelsound nicht so richtig herstellen und dann haben wir noch diverse Elektronik, einen Bass, das betreibt Menserens. Musik Ja, also klar, also die Stadt ist auf jeden Fall jetzt auch einer meiner Zuhause, ich habe ja, ist auf jeden Fall meine Heimat, aber ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, so lokal Patriotismus zu betreiben und ich finde Hamburg ist eine tolle Stadt und hier leben ganz viele tolle Menschen, aber es gibt es bestimmt auch in Mexiko. Musik Ja, das klingt doch geil, das ist hier schon. Musik Musik Musik